Send me your love Und passt schon, weißt du What The fuck Freunde, wir kennen den Ort Ach, du Scheiße Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen Es war ein Blutbad Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor Weiter so, bleiben Sie hier Ich kümmere mich um die Wachen im Raum Boah, die Arme Die ist schon voll lang da, Freunde Wir waren ungefähr in Spielzeit gerechnet Vor drei Stunden ungefähr hier Boah, guckt euch mal seinen Anzug an Boah, der ist schon ordentlich demoliert Scheiße, Freunde, da kommt was auf uns zu Aber ordentlich Ja, dat kann das werden, Freunde Oh ja Hey, hey, hey Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll Okay, lass mich mal schauen Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs, sieben Sieben Typen Und da hinten ist noch einer, oder? Ja, das sind, glaube ich, acht Falls das ein Typ ist, ich weiß jetzt nicht Ich meine den da hinten Schaut mal Oder ist das Nee, das ist kein Nee, das ist keiner Okay, dann sind es sieben Okay, oder? Warte, nochmal Nochmal zählen Eins, zwei, drei Vier Fünf Sechs Ja, es sind sieben Alles klar Das war der letzte Bereich gesichert Tiger 43 an Turm Der Raum ist gesichert Alle neuen Insassen wurden neutralisiert Sehr gut Protokoll 10 macht große Fortschritte Sechs noch Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern Möchte ich die Zeit nutzen Allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken Die Bildschirme nur mir zeigen an Dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% Fünf noch, Freunde Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben Wir bieten die Lösungen, die diese Welt brauchen Wir sind die Zukunft Lagebericht Kontakt Sprengladung scharf Zählt mal durch Bewegung Die Zielperson kommt hier lang Schütt Verloren Verfolg gezielt Möchte vor, um zu sichern Die Zielperson ist über uns Batman Rauchbombe, Rauchbombe, man Rauchbombe Er macht keine Rauchbombe Ja, etwas spät, aber gut Besser spät als nie Zielperson setzt drauf ein, um zu fliehen Ziel in Bewegung Die Zielperson ist über uns Zielperson bewegt sich da lang Ziel verloren Verfolge ziel Okay, läuft gut, Freunde Die Zielperson ist über uns Er hat einen von euch Korpeln ausgescheitert Alter, was war das? Eine Mine Ziel verloren Verwundeter, bei meiner Position Und tschüss Das ist inakzeptabel Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet Das ist noch nicht vorbei Batman Also ich muss sagen Pausen lohnen sich, Freunde Man ist danach viel konzentrierter wieder Seht ja, wie gut das gerade war Das lief echt nicht schlecht Und obwohl die alle richtig Bewaffnet bis an die Zähne waren Also das lief schon mal deutlich schlechter Was? Passwort abgenäht? Weiß ich doch Hm Das scheint ein schwieriges Passwort zu sein Oder geht das gar nicht? Das kann auch sein Hm Scheint nicht zu funktionieren Was haben wir denn hier? Geht das hier mit vielleicht? Ja Das geht Dann vielleicht muss das da oben auch gehen, Freunde Vielleicht müssen wir das ja öfter probieren Ich weiß es nicht Das kann ich mich gar nicht so erinnern Wenn ich ehrlich bin Aber schauen wir mal Wir können uns ja noch ein bisschen umgucken Hier Da ist übrigens eine Mine Wie kann ich die eigentlich wegmachen? Moment Öh Keine Ahnung Hm Kann man das nicht wegmachen? Ne Ich glaube nicht, Freunde Ich glaube nicht Naja, Leute Macht nichts, bis ich ein Schaden bekommen Damit es weg ist, weißt du Moment mal Ja, wir müssen eindeutig in die Mitte Das könnte aber Das, naja Hm Ich geh mal kurz runter Könnte auch hier irgendwie Gemeint sein Aber ich glaube nicht Ne, da ist schon der Aufzug gemeint, Freunde Da ist schon der Aufzug gemeint Vielleicht muss man das ja öfter machen Ihr habt ja gesehen Die Sicherheit dieser Tür Das ist sehr erfreulich Dass du da runter springst Ist ziemlich hoch Was heißt hier Tür Das heißt hier Tür Das ist ein Aufzug Gleich könnt ihr das sehen Moment 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 So, pass auf Schaut mal Das ist rot Hat drei Stufen Ah, guck mal Na bitte Und da gleich nochmal Na bitte Funktioniert doch, Freunde Von wegen Mit der Gesamtinnen Für ich habe Schattel Dann Und dann Seht ihr Doppel An der Reihe Ich werde Ihren ergebenden Dener Auch bringen Männer man Zu Und Der Den versteht man kaum. Dank Untertitel weiß man dann natürlich, was er sagt. Boah, ist das laut hier. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Hallo. Oh Mann, die schon wieder. Die mit den Stäben sind verdammt gefährlich, Freunde. Weil man aus Reaktion schon draufhaut, einfach. Ja, das ist sehr erfreulich, dass du deinen Spezial-Move nicht gemacht hast. Obwohl ich da gespammt hab wie ein Vollidiot grad. Na Mann, Alter. Ihr immer mit euren beschissenen Waffen. Wirklich, ihr seid so nutzlos einfach. Ihr könnt nichts. Na, was machst du jetzt? Jetzt bist du allein, du kleiner Schwanzlutscher, ey. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Aha. Hier geht's weiter. Boah, das ist ja noch höher mit der Sicherheitsstufe. Oh, das geht aber gleich. Auf Anhieb. Äh, Alter, häng dich doch runter. Wie geht das nochmal? Ach so, alles klar. Wie sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots fest auf dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Was hab ich da jetzt? Kabelpots gehört? Wer lebt noch? Ja gut, der Batman killt ja niemanden. Aber das sollte doch längst im Knast sein. Ja und jetzt? Ah. Ah, hier rüber. Hochklettern bitte. Alter Schwede, sind wir jetzt schon in der Assassin's Creed oder was? Oh Gott. Boah, ich fand mich so erschreckt grad. Nein, 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 nein. Hör, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Oh, shit, war das knapp. Nicht enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Dir läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ja, ja, ich weiß, ja. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Das schaffen wir schon, Batman. Hä? Alter. Wo bin ich? Nö, ich bin wieder runtergefallen. Meine Güte, Freunde. Man sieht aber auch nicht so gut mit dem Detektivmodus hier. Scheiße. Ach, hör auf. Aber halb so schlimm. Wir sind ja gleich wieder oben. Irgendwie gefällt mir sogar der Weg nach oben, muss ich ehrlich zugeben. Der ist total kreativ gemacht, finde ich. Der ist richtig geil. Hier so kurz raus und dann schießt man sich hoch und so weiter. Das macht richtig Laune. Finde ich geil. Alter Schwede, ich muss besser aufpassen. Aber schon geiler Kletterhakt, muss man sagen. Finde ich. Finde ich. Finde ich.